Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autohaus Wismann. Herzlich willkommen bei Autohaus Wismann. Sie sehen hier einen wunderschönen Ford Fiesta Titanium mit sehr viel Ausstattung. Zu Ihrer Unterhaltung bietet dieser Fiesta ein CD-Radio MP3 mit Lenkradbedienung und großem Display. Ein USB- und AUX-Anschluss stehen zum Betrieb von MP3-Playern und so weiter bereit. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Seine besondere Note erhält der Fiesta Titanium im Außenbereich durch schickes Chromdekor, 16 Zoll Leichtmetallfelgen, Scheinwerfer im Projektor-Design, abgedunkelte Scheiben hinten. Im Innenraum gibt es Sportsitze, ein Lederlenkrad und Fußmatten. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autofilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Darüber hinaus verwöhnt diese Fiesta mit elektrischen Fensterhebern, Zentralverregelung und Fernbedienung, eine heizbare Frontscheibe, Sitzheizung, eine automatische Klimaanlage, Tempomat, Bordcomputer und elektrischen Außenspiegel. Kopfstützen vorne und hinten, ein Notrad, Nebellampen vorne und die Servolenkung. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Autohaus Wismar. Tschüss! Tschüss! Besucht uns doch mal im Autohaus Wismar. 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 Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020